Es ist mir so langweilig. Hey, hey! Stimme in meinem Kopf, hallo? Ja, ja. Was ist denn? Was ist los? Redet mit mir. Es ist mir so langweilig. Nur eine Minute in Ruhe, Kleine. Warum willst du mit uns reden? Was schlummert denn auf deinem Herzchen? Ich weiß nicht, kann ich euch nicht mal irgendwie sehen. Weil ich rede immer nur mit euch, dass es so langweilig ist. Es ist nicht langweilig. Ich würde euch gerne in die Augen gucken, wenn ich mit euch rede. Ach so. Das ist ganz einfach. Weißt du noch, als du in den letzten Shoppen warst, wir haben alle gesagt, du musst das kaufen. Das hat Zauerkräfte. Du verschränkst die Arme und dann musst du ganz doll an uns denken. Ja, genau so. Hallo? Cool! Imaginäre Freunde! Ich dachte, das können nur Verrückte. Hallo! Wieder! Okay. Jetzt muss wohl die schüchterne Seite in mir gewesen sein. Okay. Hey, hey, you come back to me. Hey, you come back to me! Hey, you come back to me! Hey, du dich! Ich hab jetzt noch versucht... Hey, verrascht ihr mich darum? Nein! Nur einmal. Schickt mal jemanden netten raus. Dann geht's los! Funktioniert nicht! Vielleicht hast du einen Wackelkontakt oder so. Oh, hallo! Du scheinst ja nett zu sein. Willst du meine Freundin sein? Jetzt geht's los! Ich bin ein Wackelkontakt oder so. Ich bin ein Wackelkontakt, ich bin ein Wackelkontakt. Die Freunde und ich sind sehr gut. Ich bin ein Wackelkontakt. Es ist die Frau, von der ich dir erzählt habe, die meine Kreativität so zu schätzen weiß. Die Therapeutin, ne? Genau die. Sag Hallo, Vegas. Ja. Ich komme später nochmal mit Verstärkung. Okay. Ja. 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 Das ist gut.